Dominik hier, moin! Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr statt eurer iCloud einen Google-Account für Kontakte, Mail, Kalender und Notizen einrichten könnt, eure Daten aus der iCloud in den Google-Account schieben könnt, wenn ihr beispielsweise ein Android-Gerät mit Apple-Geräten gemeinsam verwendet und diese nicht auf die iCloud-Daten zugreifen können. Wie das unter OS X Mavericks funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich gehe zunächst mal in die Systemeinstellungen und dann in die iCloud. Ich habe hier meine Kontakte, ich habe hier meinen Kalender, ich habe meine Erinnerungen und sämtliche von Apple angebotenen Dienste aktiviert, bis auf Mail, das habe ich jetzt mal nicht gemacht und die Notizen damit auch nicht. Aber für mich, da ich ein Mac, ein iPad, ein iPhone nutze, ist das natürlich die bequemste Möglichkeit. Ich kann allerdings auch, wenn ich beispielsweise ein Mac und ein Android-Gerät nutze oder ein Mac und ein Android-Tablet, auf Google umsteigen. Seit Mavericks ist das ziemlich einfach. Dazu lasse ich zuerst mal hier alles aktiviert, weil ich will meine Daten ja aus der iCloud in meinen Google-Account migrieren und gehe dann auf Alle einblenden in den Systemeinstellungen, gehe dann in die Internet-Accounts und füge mir hier einen Google-Account hinzu. Das ist der Account, den ihr zum Beispiel für YouTube oder auch Google Plus oder den Google-Kalender, Google-Kontakte, der also euer allgemeiner Google-Account auch für Gmail nutzt. Tragt hier eure Daten ein, euer Kennwort ein und geht dann auf Konfigurieren. Dann habt ihr hier wie ich die Möglichkeit, Mail zu aktivieren. Das ist euer Gmail. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Kontakte, den Kalender zu aktivieren, ebenfalls Nachrichten und die Notizen. Habe ich das alles aktiviert, dann finde ich hier in den Kontakten einmal alle meine Kontakte, alle meine iCloud-Kontakte und alle meine Google-Kontakte. Die sind aktuell leer. Wie ich nun meine Kontakte aus der iCloud in meinen Google bekomme, das ist ganz einfach. Ich markiere mir alle Kontakte und ziehe die einmal rüber zu Google. Achtet bitte darauf, wenn ihr sehr, sehr viele Kontakte habt, dann kann es sein, dass dieser Weg nicht funktioniert. Dann würde ich euch dazu raten, hier noch einmal alle zu markieren und als V-Card zu exportieren. Das Ganze nenne ich Kontakte Export. Ich mache mir das mal eben auf den Schreibtisch, sichere das, gehe dann in meinen Browser, suche einmal nach Google-Kontakten und ich habe mir meine Kontakte hier einmal kurz gelöscht, die ich gerade mit der Kontakte-App in Google gespielt habe, da ich ja jetzt einmal importieren möchte, hier links über Kontakte importieren, wähle jetzt die Datei aus, die wir vorhin exportiert haben auf den Schreibtisch und sage einmal importieren. Und nun habe ich meine Kontakte importiert und finde diese auch in der Kontakte-App hier wieder. Nun habe ich die Möglichkeit, in iCloud die Kontakte zu deaktivieren. Ich lösche sie vom Mac oder ihr könnt es ja auch behalten, wie ihr das machen möchtet. Wird es euch überlassen, gehe in die Kontakte-App und nun seht ihr, habe ich ausschließlich Google. Analog verfahre ich mit meinem Kalender. Ich lasse mir die Kalender hier einmal einblenden. Ihr seht, ich habe hier meine kompletten iCloud-Kalender. Ich habe hier einen Google-Kalender, der einen etwas kryptischen Namen hat. Und ich kann auch hier, wenn ich mir den Kalender markiere, unter Ablage exportieren und mir den kompletten Kalender einmal auf meinen Schreibtisch, wo auch immer, exportieren und analog im Google-Kalender meine Ereignisse importieren. Ebenfalls deaktiviert ihr dann den Kalender von eurer iCloud und ihr habt ausschließlich euren Google-Kalender hier in der Kalender-App, die ihr gemeinsam mit eurem Android-Device nutzen könnt. Dasselbe gilt für die Notizen, verfahrt dort ganz genauso und so könnt ihr nur Teile von eurer iCloud nutzen, wie beispielsweise die Fotos oder die Dokumente und Daten, euren Mac suchen, gegebenenfalls eure iCloud-E-Mail, falls ihr die weiter nutzen wollt und die Erinnerungen. Der Rest befindet sich dann in eurem Google-Account und ihr könnt dies einfach mit einem PC oder einem Android-Device teilen und Änderungen, die ihr damit macht, sind sofort auf eurem Mac und Änderungen, die ihr im Mac macht, sind sofort auf euren anderen Geräten, die mit eurem Google-Account verknüpft sind. Übrigens könnt ihr das auch mit iOS-Geräten machen. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen Google bevorzugt und nicht die iCloud-Dienste nutzen wollt, bleibt euch natürlich frei. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Über einen Daumen hoch würde ich mich wie immer freuen. Ebenfalls schaut auch in meinen Kanal, dort findet ihr viele weitere Videos und auf idomics.de noch zusätzliche Inhalte. Ich würde mich über ein Abo freuen, dann bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand meiner Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020